welchen weg hier ich glaube da geht es lang ich will trotzdem noch mal hier gucken was soll es ja ladebildschirm dass ich das alles auswendig weiß wo die ladebildschirm sind ja dabei habe ich das spiel noch gar nicht so oft gespielt zweimal erst jetzt geht es ist es schon los von den bergten bein ich habe war ich bin stehen wir hierhin oder nicht so weit weg über hier so ja ich versteh kein Wort aber gut und da fällt die alte gleich raus, wahrscheinlich ist sie da jetzt schon drin also theoretisch kann ich einfach mich hier hinschillen und die abwehrtüme die arbeit machen lassen ich muss aber aufpassen dass sie nicht umfallen wenn ja muss ich zu schnell wieder hinstellen ein paar von den kombinen haben auch granaten dabei und ja ich glaube da steht ein bisschen blöd da musste mal sein wo bleiben sie denn alle ich glaube ich stelle ihn wirklich mal hier unten schnell aus der schussbahn na was ist das denn hier äh es dauert noch ein bisschen leider egal wir haben ja Zeit ok ich sollte besser hier bleiben glaube ich oder oh das sind schon ein paar mehr ich stelle den mal hier schnell hin oh ich könnte aber mal ab und zu die munition einsammeln die die droppen sozusagen oh man hex guck mal da guck mal da da oben sind sie gar nicht gesehen das war jetzt einfach mal die gute Munition scheißegal und da ist es schön die alte ja so halbwegs okay bin ich schon ja praktisch ist es wie es ist ja schlump Die Musik übertönt das Gespräch. Ja, äh, ist ja auch total schlimm und, äh, ja. Ich weiß, die Musik so laut, dass ich gar nicht verstehe, was die alte blubbert, aber... Ach so, ja, jetzt weiß ich, wie ich soll vorgehen. Sie bleibt mal wieder hier, wie immer, ja. Äh, der falscher Weg, okay, passiert. Gravity Gun. Das riecht, das stinkt hier nach Headcrabs, wie ich sage. Oder? Oder doch nicht? Man weiß es nicht. Keine Headcrabs, hoffentlich weiß ich mal. Ja, natürlich. Da und da und, äh, okay. Und daneben. Kann überhaupt nicht zielen, aber egal. Oh, nicht schlecht. Sieben Geschosse für die Amos. Kann man immer gebrauchen. Und ein, äh, elektrisierender Raum. Äh, ja. Okay. Ich glaube, hier kann ich draufgehen. Und hier kann ich ebenfalls draufgehen. Und wo? Und wo? Haha. Noch irgendwelche Suizid Headcrabs hier, oder? Oh. Das war ein Verwehen. Ich bin ja trotzdem mal, weil ich glaube, wenn du da rein fliegt, bist du sofort tot. Ich bin ja auch nicht sicher, so, die Fässer brauchen wir, um da rüber zu kommen. So, wie war das noch gleich? Ich könnte ja einfach mal... Naja. Okay. Ja. Fast richtig. Ja. Sag nicht's gut. Ein einziges noch. Okay. Ja. Fast richtig. Jetzt könnte ich ja mal, äh, ich könnte versuchen, von den Fässern direkt... Naja. Jawoll. Das war einfach. Hier kommen jetzt, glaube ich, Zombies? Ja. Da sitzen schon zwei. Da liegt auch noch einer. So. Oh. Oh. Ich krieg Besuch. Ich liebe es für Zombies, diese Waffe zu verschwenden. Das war ohne Sinn, aber macht Spaß. So. Äh, was ist hier denn los? Äh, man weiß es nicht. Ja. Äh. Oh. Bisschen kaputt. Können die sich selbst schließen? Auch nicht schlecht. Ja. Oh. 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 Oh.